Hahahaha Ohne, ohne Kohle, ey Ah, das hört sich erkennt, ey Die alten Säcke Kein Spaß, kein Spaß Brücken die alle hin, ja Alle weggelaufen Ja, komm jetzt nur so ab Wollens Laden wir mal hier Pink hier ein Hey, kommst du auch mal rein langsam? Wer ich? Ich bin schon drin Habt ihr noch Platz frei? Mir kommt Oder seid ihr voll? Na, kann ich dir jetzt so noch nicht sagen Kann ich dir jetzt bevor wir starten sagen Also eigentlich sollten wir voll sein, aber Moment sieht das gar nicht da voll aus Äh, Aileen? Bist nicht online? Jawohl Ich bin noch da Oder nicht Bayer kommt noch Ja, ich hab den hier nicht drinne Kann einer Pink ihm einladen? Ja, ja, hier, hier Hab, hab schon, hab schon Hab schon, hab schon Und dieser Flo Hat keiner den Flo drinne? Nein Nein Wieder da Hallo Wie ist das denn geplant mit der zweiten Hälfte die nächsten Strecken oder was kommen im Kalender oder? Was, ich verstehe nicht so schlecht Wie das geplant ist? Wie das geplant ist mit der zweiten Hälfte der Meisterschaft, fangt das dann wieder bei Null an und kommen die nächsten Strecken? Ja, dann fangst du wieder bei Null an, ne? Nur, äh, es steigen halt ein paar auf und steigen ein paar ab Ja, aber dann ist das dann eine neue Saison Ja, okay, das fangt bei Null an und kommen die nächsten Strecken, was halt nach Österreich kommt, ne? Genau Okay Ja, ich hab den Flo in meiner Liste, aber der ist abwesend Also trotzdem mal ein Okay, ja Ich lad den trotzdem mal ein Lad den einfach mal ein Was ist denn hier los? User disconnected from your channel Pinky wieder weg Ah, bleib mal ruhig Nee Neun Sind nur neun hier Bleib mal ruhig, wir kommen schon Euch, wenn's erscheint Ach ja, dann war ja was Der scheint schon Ha, 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 ha Basti User joined your channel Servus 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 So, laden wir mal den Basti ein Der Basti ist ja nicht von der anderen Liga Liga 2 Aha Ja, Basti fährt auch in einer anderen Liga, ja In einer anderen, ja In einer anderen Liga, ja Aber da bei der anderen Liga hört man nix mehr von Formel 1 2015, da ist ja nur mehr Einträge E-Racing Ja, das Spiel ist doch auch Kacke, also wirklich, also Ja, ja, ich bin ja da angemeldet bei der anderen Liga, aber da ist kein Wort mehr von Formel 1, sondern nur mehr E-Racing Und Jungs, ey, beherrscht euch bitte, das ist Training, ich will 100% heute durchfahren, beherrscht euch am Start, wartet ab, fahrt langsam, nicht, bloß keine Kamikaze-Aktion, echt Ja, genau Ha, 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 jawoll Ja, ho, ha, 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 ha Thoughts och S kristen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wen, was? Den Basti noch mit einladen. Jo, jo. Basti einmal einladen. Ja, ich hab schon. Hast du schon? Jo. Ja, da ist keiner schneller als Jay. Jo, da bin ich immer dabei. Da ist Moritz Erster. Ja, sag nicht Moritz. Ja. Hier, so wie es aussieht, ist McLaren ja voll. Kann ich zur Not auch Force India nehmen? Ich will nie Williams. Kann ich leiden. Männer. Nein! Die Force Indias waren eigentlich auch voll. Ja, siehst du irgendwen hier? Warte mal. Ja, ich bin jetzt gerade nämlich drauf hier. Warte mal. Kalender. Toro Rosso war glaube ich noch frei. Toro Rosso ist komplett frei. Und Manor, Marusha ist auch einer frei. Ja, genau, genau. Und sauber wäre, nee, sauber wäre, wenn Bayer da ist, auch nicht frei. Aber Williams wäre frei. Im Moment wäre ein Ferrari frei, weil Räger nicht da ist zurzeit. Aber Force India ist ja komplett frei, sowieso. Naja, der Amigo kommt gleich noch. Ja, der Amigo kommt noch und Bayer, der würde auch den Force India nehmen. Okay. Ja, wann nimmt Amigo denn dann? Ja, aber Amigo nimmt ja den Force India. Achso. Ja, Bayer hätte doch eigentlich den Sauber, oder nicht? Amigo ist da. Was? Wer hätte den Sauber? Bayer? Und Harry? Ja, Bayer habe ich jetzt nur im Sauber eingetragen, weil der Force India, ja schon besetzt war. Achso. Aber Bayer wollte eigentlich den Force India haben. Ja, Tomaten, alles gut. Er drückt ja schon wieder auf die Hupe. Lass uns das doch so machen. Erstmal nimmt jetzt jeder das Auto, wie es eingetragen ist. Und dann gucken wir gleich, wenn jemand nicht da ist, dann könnt ihr ja immer noch hin und her tauschen mit dem Autos, die noch frei sind, weißt du? Nur damit wir jetzt nicht total durcheinander kommen. Alles cool. Alles entspannt. Aber ich bin ja am besten, nimmst du den Männer. Ich frage nochmal, glaube ich. Will ich nicht. Ich kann es nur beim Rechner raus. Wieso denn nicht? Nein, ich mag dieses ganze Ding da, nee. Ich mag die Russen, aber ich mag das Auto, nee. Das finde ich gehört nicht die Formel 1. Das ist total laut Pfeffer. Schön, zu sagen, es es gibt. Abend. 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 Nein. Nein. Willst du eine Force India unbedingt haben oder was? Für bitte? Willst du irgendeine Force India unbedingt haben? Ja, also ich habe mich für eine Force India angemeldet. Ja, zu spät kamst du, sorry. Nein, ich war. Genau. Ja, fahren die anderen ja auch. Na ja. Ja, gleich mal gucken, was noch frei ist. Mainer. Das werden wir jetzt bestimmt noch eine gefühlte halbe Stunde hören. Nein, meinen Lotus brauche ich eh nicht, von daher ist es scheißegal, was ich jetzt... Wir hatten den Mainer. Der hat nur riesig, der hat einen schönen Sound. Dann machen wir das doch so, dann nimmt Bayer den Force India, weil er den ja auch, glaube ich, in einem Liga-Betrieb fährt. Richtig. Es wäre noch ein Ferrari derzeit frei. Weyga hat sich im Moment noch nicht gemeldet. Also einer von euch kann noch in den Ferrari. Dann haben wir noch mal Rucha frei und einen Sauber frei. Also da würde ich den Ferrari nehmen. Dann nimm den Ferrari. Ich weiß nicht, was der Rucha für den Sound hat. Der hat den Ferrari Sound. Ja, leise. Was hat er sauber? Mercedes? Mercedes ist auch noch einer frei. Eigentlich ist der Mercedes noch frei sein. Ja, ich brauche immer einen Mercedes-Motor. Ich schaue gleich mal, ich pfleg mich einfach ein, ich gehe nochmal gepflegt für große Männer. Ja, zwei Minuten, wenn ich gleich sterbze. So, den Bayer einen. Wo bist du denn? Hab ihn schon. Hab ich schon. Ach, scheiße. Amigo habe ich auch schon. Nee, den hatte ich auch schon. Aber schon ganz am Anfang, bevor ich hier ins Spiel reingekommen habe. Wie funktioniert mein Tastatur nicht? Eieiei. Ach, fährst du auch mit Tastatur? Eieiei. Das ist ja ganz, die Menü geht gar nicht. Ist dein Busty schon drinne jetzt? Ja. Da muss ein Rechner neu starten. Da haben wir ja gestern festgestellt, es gibt demnächst Tastaturen mit 4 Feedbacks. Ja, hast du mal nachgefragt, Micha? Genau, hast du mal nachgefragt? Nee, hab ich nicht nachgefragt. Man könnte sich aber unter Strom setzen irgendwie, dann geht das auch. Fährst du über den Körb, fängt die Tastatur an zu hübschen oder zu glühen. Leuchtet ja so schön. Jetzt geht's. Immer voll, ja, ne? Fast. Ja, ich komme sofort. Das ist gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wolfgang, häng nicht mit dem Lasso hinten dran. Wir sehen uns weiter. Dryker, bist du jetzt noch für paar Runden dabei? Timo? Der ist schon weg. Der ist schon weg. Dann lade ich mal die ein, die noch online sind und sich nicht angemeldet haben. Dann müssen wir die, glaube ich, voll kriegen. Und dann kann man Elo fahren. Aber das Mädel, glaube ich, kindredet. Dann hilft ja nix an die ohne Lenker. Geht nichts über Tastatur, Micha. Ja, nee. Was war mit der Linguistie? Geht nix? Die Lenker kommt. Ich bin jetzt weg. Bist du immer noch da? Ja, ich bin jetzt aber weg. Bitte noch einen schönen Abend. Tschau. Jo, tschau. Ja, gau, tschau. User disconnected from the channel. Ole ohne Kuhle weitergucken. Wart mal mit dem Lenker, das hab ich jetzt nicht verstanden. Der Lenker, der fing an zu qualmen. Ach, echt? Ja, echt jetzt. Der Ding ist eine Woche alt. Ja, crazy, ja. Ja. Wie macht sie alle fertig? Die liegt gut los, oder? Ein Training ein bisschen zu viel gewesen. Nö, das kann doch ja nicht sein. So, das ist ja lächerlich. Ja. So, sind wir voll zählig? Ich glaube, ja, ne? Also, die, die da sind zumindest. Wir sind alle voll. Na, lass uns mal. Auf ein faires Training, Qualifying und Rennen. Also, bitte nicht so aggressiv fahren. Ich werd's auch mal unterlassen. Ja, echt. Entspannt euch bitte, ey. Wie wichtig ist, die Runden mal abzuspulen, anstatt jetzt da hier auf dicke Hose zu machen und die geile raushängen zu lassen. Und die Reifen mal so zu testen, ob das alles klappt mit der Strategie. Oder überhaupt mal wieder fahren lernen. Bist du drin, Bayer? Ja. Ja. Oh shit. Sag ich, mein Bruder, sag ich, bring mir mal ne Cola mit. Wollen wir ne Tanke. Ne Liter? Ich sag ja, ne Liter. Was bringt der so n dicken 2 Liter Pott hier? Boah. Mit zwei Händen muss er tragen, Mann. Ja, dann kommt noch ein Tausch. Und dann haben wir ihm Döden angegessen. Ausgerechnet am Wochenende. Muss ich röpsen. Der andere Liter für Whisky Cola gedacht. Ich guck gleich mal. Ich hab kein... Doch, ich hab sowas. Ich hab noch Haselnuss-Wodka. Nimm das mal mit. Oh, geht auch. Aber später erst. Ah ja. Nee, dann grad mal. War sehr, sehr, sehr trocken aus. Erst mal beten dann alle durchkommen. Bevor es die wieder abkackt. No, Gons bock, glaub ich, am längsten. Ja, ja. Wie ich ihn kenn. Nee, easy, easy bock am längsten. Nee, eigentlich Gons immer. Oh. Ja, die beiden sind immer am fighten. Hahaha. Ah, ein zu langer Bock ist doch bei Gons. Ah, die sind abgeschlossen. Ja, dann kriegen sie den vollkommen. Ja, das ist dann. Ja. Tadam, 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 tadam. Bam, 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 bam. Guten Abend. Trennt noch mehr. Liebe User, Juvenal hier. Bei heute Test-Rennen in der F1 Online-Liga. Mal gucken, was das wird. Prost. Trennt noch mehr. Ah, nicht. Hehehehe Jawohl Yay Umt-Sticks Ne ne, hat tatsächlich immerhin Das ist mein Rechner He, das ist ein Kass Ich glaube das ist Hörsage klar Parkt Kamee Setup Yes Ah, find ich nicht so voll Ne ne, das geht im Volldefang wieder weg Ich glaube ich Sicher? Nach dem Kali denken bevor ihr rausfahrt Alle Kali Dings Setup nochmal laden Falls ihr letzte Saison den Abfucker Was in nem Standard Setup rausgefahren ist Ja Ist da irgendjemand Probleme mit dem Mass-Effects x2 Weil ich hab da jetzt einen Mini runter Naja, jetzt hab ich ihn runtergepackt Ja? Wieso? Weil In der ersten Saison Weiß es was Kali gibt Also bei mir, der Spiel ist wie ich taucht nicht scharf Ja Ja, da haben wir Ja, ich hab grad das Lasse hier Achso Jetzt hab ich aber auch schon drauf gleich Ja, ich auch Ne Wow Oh, ich bin ja Wart mal an mir Dann fahr mal vorbei Ach hier, wenn ihr dem Jeff zu sagen wollt Soll die Schnauze halten Dann sagt er einfach Lass mich in Ruhe Na ja, das ist echt so Ich bin jetzt noch mal ein bisschen in den Mikroformbefehlen reingestellt Verstanden, das geht nur noch nie ein Hä, und wie Kannst du das jetzt wieder aktivieren? Gar nichts Denn du sagst doch Ingenieur Radu an Achso 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 Und wenn du sagst Und wenn du sagst Jeff lass mich in den Ruhe Dann labert er sich in den Ruhe Genau, richtig Ja Und Okay, geht in den Orten Der ist aber nicht Jeff, halt die Schnauze Aber mir kann da gar kein Feld hier aufmachen So Uah Lass mich in Ruhe Das war mir kaum selten Hehehe Gut Brems sauber und rechtzeitig für T14 Es folgt ein langer Abschnitt entlang der Boxengeraden Also brauchst du eine gute Ausfahrt Du kannst mit ordentlich Tempo hineinfahren Also geh früh von den Bremsen Und lenke etwas früher ein Als normal Nach dem Schaltepunkt sollte das Auto untersteuern Die Ausfahrt ist so breit Dass du problemlos auf den Seitenstreifen ausweichen kannst Ja, Nadel Nucke war es extrem bei mir Ja Aber mir wird schon der zweiten Vorwurf im Ausfahrt Ja, Nadel 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 Aber ich hoffe bald habe ich nur zu spät gemerkt. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten drei Runden an die Box kommen. Ich bin der Sprit aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, es sind noch 10 kg Benzin übrig, 10 kg Benzin ZDF, 2020 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 Das geht doch jetzt viel besser aus. Es sollte nicht regnen, falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Jetzt sind wir auf Wattreifen. Jetzt wieder ein Training. Jetzt kommen wir dem Spiel raus an die Karte. Ich glaube, dass wir packen gleich weg, dass wir mit dem Setup fahren. Das ist das Spiel an, dass wir neu sind. Ja. Das ist gut, wenn du schon Parkfamil in Training hast. Das ist gut. 5 kg Benzin im Tank, nur noch 5 kg Benzin. Ja, ich schrei ihn jetzt noch mal schnell rein. Das ist ok. Ich glaube, ich weiß nicht. Ja, das war kein Thema. Ja, das war total. Mercedes ist ein kacke Wolfgang. Naja. Stimmt ja auch. Ferrari geht gar nicht so schlecht Loco, macht Spass. Hä? Was? Ferrari macht Spass, könnte ich mich dran gewöhnen. Die Fahrer auf der Lage stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Polyfine, das hier in der Rhein gleich los geht. Die glauben an dich, Konz. Ja, ja. Da kann man ein bisschen die Strecke von oben betrachten. Ja. Aber Setup übernimmt er ja vom Training, oder? Ja. Alles fertig, wir sind bereit. Die Strecke von oben betracht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich komme einfach nicht unter die Hand. Ja gut, so kann man das auch nicht. Natürlich, außer ich. Danke Basti. Ja. 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 Danke. 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 Ja. 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 Ja, vorne raus, was er denn für mich schweißt. Ganz schnell wieder da, oder? Ja. Das ist so großartig. Du hast nur meine Eckstelle, das ist gut. Ja. Don't say. Das ist doch nicht wahr. Ja. Ja, dritte Sektor. Bis zum 12.00 Uhr. So, jetzt sagen wir da drin. Was soll ich? So. 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 und ich hab echt mal das rausgeholt das ist zwar Training, aber wär cool, wenns mal ein bisschen ruhiger wäre mit dem Auto auswählen ist das nix, ja? ne mit dem Auto auswählen Untertitelung des ZDF, 2020 Ich höre ja ständig Schaltgeräusche, wer ist denn das? Das nervt. Ich brauche aber sonst nix tun, aber die brauchen wir in der Lobby bleiben jetzt. Ja, nur warten. Ok. Ja. Aktuell sind wir auf P6. Ach, ich kann schon vergessen. Ja. Ich bin in der Lobby bleiben, aber ich muss auch noch was vorgelegt werden. Das ist schon mal los. Der Zuschauermodus geht glaube ich nicht. Geht nur manchmal. Ja, genau. Okay. Ja. 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 Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist jetzt auf P2. Du startest zur Zeit aus der ersten Reihe. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wie so, kippt er mit auf. Ja. Der Flur hat gerade geschrieben, er hat das Training verpasst und war wirklich schon am Fahren. Könnte sagen, er kann noch ganz schnell reinjöln. Wo sie beilen, aber. Ja. So, wie lange geht's noch? Ja, komm, der Flur geht schon rum, der kann nicht mehr schon rein. Ja, höchstens eine Minute. Ja, bleib eigentlich. Ja, geht ja. Vielen Dank. Seht ihr bei euch auch die Boxengasse? Ja. Ok. Hat jemand die Zeiten auf dem Schirm? Ja. 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 Flo schreibt, er braucht lange genug. Ja, das wäre wohl nicht. Nee. Das geht nicht. Eigentlich ist es jetzt auch schon zu spät, weil ich glaube der müsste schon im Polyfang da sein. Wow, das Feld ist super eng. Das war einer da vorne. Ja. Ja. Wie bitte habt ihr was gesagt? Hallo? Ja. Hallo? 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 Wie bitte? Ich hab das Ding verpasst. Na? Lutz ja nichts. Ein Bilduntergang. Ja, ich bin halt ewig nicht gefahren. Ich hab noch die letzten Checks mit ihren Technikern, bevor es hier gleich ernst wird. Ich kann Setup laden, das ist nie los. Habt ihr gestartet? Ja. Ja. Wir sind gerade im Ritz. Wir sind jetzt gerade im Ritz vom Rennen. Ach, Scheiter. Also ihr meint jetzt nochmal Setup laden oder nicht? Ja, komm mal. Ja, das ist besser oder? Ja, das ist eigentlich nicht. Wenn dem Colli schon das Setup gehabt hat, dann im Rennen hat er das gleiche. Was los, Bidi? Bidi. Ich kann das merken. Achtung. Oh, war noch rausgeschlossen. Ausgelassen. So. Du noch drin, Micha? Ha? Du noch drinne? Bin noch drin, Jojo. Ich bin noch drin. Honda. Ich hab'n Red Bull. Ah nee, Red Bull. Du hast Headshot und den Lotus. Ja, dein Auto. Ne, ja, 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 ja. Du gibst zu, weh? WDR mediagroup GmbH Wenn jemand am Statschding fliegen muss Der Stichkommas in der Fahrbahn Wenn ich jetzt die Kurve mitgenommen hätte, ist der 1st hier Lesser schon auf dem Park Wer vor der Karte Na, einen schönen E-Boss der Mercedes ist richtig beschissen wo die Kammer abgehen so, wo ist denn? ich will mal kurz vorbeifahren Grüne Flagge, Grüne Flagge, das Rennen geht weiter wo hat sie noch einmal gewalt, eh? ne, ich weiß nicht 100 Prozent 100 Prozent Richtig Ja, bitte Ruhe Das bringt uns auf P4 Du bist auf P4 gefahren Ja, auch voll cool, ich will ja nicht sagen Ja, ja Wir sind noch fast am Anfang des Rennens also ist die Benzillast im Moment ganz schön hoch die Handhabung sollte sich verbessern wenn sie weniger wird Ups Ja, da ist schon noch ein paar Jahrzehnte Von der Ruppe-Bayer 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 Die Ruppe-Bayer Die Ruppe-Bayer Geht's noch mal ab? Ja Du hast drei Sekunden Vorsprung vor deinem Hintermannsie zu und du die nicht ausbauen kannst Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und der DRS-Zone befehlst Okay, tschüss dann, bis morgen Ja Ja So, deine Reifen sollten noch eine Weile durchhalten Sei nur vorsichtig in den schnellen Kurven Du bist in Sektor 1 wesentlich schneller als dein Vordermann Du bist schneller in Sektor 1 Die aktuelle Benzinlast beträgt 90 Kilogramm Ich wiederhole 90 Kilogramm Benzin an Bord Der Überd思 bien Die Ruppe-Bayer Bydermann Dimmend Die Ruppe-Bayer Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alles klar, du kommst gut mit dem Renntempo zurecht ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du solltest vielleicht auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten, so wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel ZDF, 2020 Der Wagen hinter dir fährt mit den Reifen nicht in Schwierigkeiten gerätzt, sie nutzen sich allmählich ab, eine Weile sollte es aber noch gehen Nee, der eine helft ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es sind noch zwei Minuten bis zum nächsten Boxenstopp, wir ziehen dir die Options auf Du hältst hier alles auf? Ohne Ende ZDF, 2020 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 Okay, bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für einen Finish reichen. Du solltest die Mischung herunterschalten. Du hast 10 Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Benzin Update. Wir sind jetzt knapp unter der 80 Kilo Marke. Noch 80 Kilo von Benzin. Die Mischung herunterschalten. Die Mischung herunterschalten. Die Mischung herunterschalten. Das Boxenstoppfenster ist offen, das Boxenstoppfenster ist offen. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Oh, das hat die Hände gut gemacht. Der Rasse schlägt mit seinem Lacken raus. Das ist total. Man sagt, wenn du 200 bis 251 kriegst. Sei vorsichtig mit deinen Reifen. Sie zeigen jetzt deutliche Abnutzungserscheinungen. Du hast bald Probleme bekommen. Du musst diese Rolle reinkommen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der vierst noch fährt, oder? Oh, nein. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Da ist der Grund. Hier bleiben noch zwei Boxenstops. Zwei weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Da haben wir auch Nein. Oder, hey, hier, nach der E-D-A-R-A. Oh, ey, jetzt muss ich wieder hin. Nein. Boah. War den letzten Morgen eigentlich vorgefallen. Die, äh, zählen im Deck. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Der bloß nicht auf der Straße. Die, äh, ist ein穴. Die, äh, ist ein Plan. Die, äh, ist ein Plan. Die Biokaleski. Ja, da, da, da! Oh, die labern hier in Scheiß, ey. Die nur Gesülze hier. Ich meine dich, Jane, ne? Was? Ich bin da voll in mich reingepackt, weil ich vor allem los bin. Hä? Was noch? Locker. Hallo, bin entfernt. Ich kann nicht. Aber okay. Zwei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Nico, was ist denn los? Ja. Sorry. Okay. 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 Kurzes Update zu deinem Auto. Die Reifen sehen sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Oh, nicht schon wieder, Alter. Ja, klar. Oh, die bleiche Scheißschule. Was war denn in der bleiche Scheißschule? Ja, das war ich mal lieber. Pass mal. Jetzt noch voll in der Elbe. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Ach, das ist was zu sehen. Kurzes Neumschule. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nur zur Info, der Fahrer hinter dir hat auf Mischung 1 gewechselt. Die wollen Benzinsparen. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Fahrer vor dir ist pro Runde eine Sekunde schneller als du. Okay, wir haben jetzt etwa ein Viertel des Startbenzins verbraucht. Also haben wir noch drei Viertel übrig. Drei Viertel. Die Reifendaten sehen so weit gut aus. Die Reifen sollten noch eine ganze Weile durchhalten. ZDF, 2020 Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Rundenzeiten deines Vordermanns sind eine Sekunde schneller als deine. Du fährst pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Los, los, los! Du hast noch einen Boxenstopp, einen Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Rup, 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 rup! Betech! dann noch einmal ein bisschen bei dir ja 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 So wie es aussieht, sind wir bei 50% des Startbenzins. Noch 40% Benzin. Wie viele ist es hier? Easy up, da. Stopp, da ist das so. Hm. Oh ey. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF pro Runde eine Sekunde schneller als du. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gutes Tempo. Deine runden Seiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Wir raten dir auf Mischung 2. Das ist jetzt knapp unter der 30 Kilo Marke. Noch 30 Kilogramm Benzin. Das ist jetzt knapp unter der 30 Kilo Marke. Bis pro Runde etwa eine Sekunde schneller als dein Vordermann. Mach weiter so. Das ist jetzt knapp unter der 30 Kilo Marke. Die Gruppen stehen am besten in Sektor 1. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Stuhlfreude entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ja. Du hast es auf P4 geschafft. Du bist auf dem 4. Platz. Und da? Das ist jetzt knapp unter der 30 Kilo Marke. Das ist knapp unter der 30 Kilo Marke. Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Nur zur Info der Fahrer hinter die Abrufmischung 1 gewechselt. Die wollen Benzin sparen. Oh, ich schlafe nicht rein. Da löst du dich. Danke, danke. Hättest du immer so weit gewusst. Deswegen bleib ich ja. Ja, okay, ich spiele jetzt doch noch nicht. Mal gehen, guck mal. Aber dann nehmen wir es wieder an. Ja. Wir haben noch 25 Kilo Benzin im Tank. Ja, diskret. Die Rundenzeiten deines Vordermanns sind eine Sekunde schneller als dein. Ja, bitte. Das war die Runden von Santiforne. Und dann? Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Der Draugian W Việt Berge. Das war der Runde der Runde mit craftsgericht. Wasst du überhaupt niemals machen would, laut,γα прокär zu pongan haben. Ach, wo der Scheiße. Geh ich an? Ja, raus. So wie es aussieht, haben wir noch etwa 25% des Startbezins im Tag. Noch 25% des Startbezins im Tag. Ja. Gute Morgen. Ja. Okay, hier ist Chef. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe. Ja. Ja. Die Williams Crew erwartet einen ihrer Farmer, sie stehen draußen in der Boxengasse. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir die Options auf. Okay, beim nächsten Stopp bekommst du Options, das Boxenstoppfenster öffnet sich in zwei Runden, zwei Runden. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 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 zwei Runden. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 20 Kilogramm übrig. 20 Kilo. Das mit der Einfindung war kein Witz. Die Einfindung war kein Witz. Du kannst die Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Bei deinem nächsten Boxenstopp ziehen wir dir Options auf. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Die Schreiber sind dadurch. Die Handlung von der Strecke geführt. Sie sind nach oben. Sie sind nach oben. Was ist los? Gute Arbeit! B3! Du bist auf B3! Boah, so ein Scheiß! Der hat so einen Fall davon gelegt. Los, fahr jetzt! Ja! Ich fahr hier mit dem Auto. Fährst du jetzt? Das ist auch eigentlich wichtig. Meine Autos sind jetzt bei Tour. Boah, wir lassen es in Tour. Ja... Ich bin die halbe Zeit hier noch auf. Abseits der Strecke. Vielleicht ist mein Headset der Scheiße. Ja... 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 Ich bin... Ja... Unser Benzinstand ist jetzt bei 15 Kilo. Es sind noch 15 Kilo Benzin übrig. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, du holst den Wagen vor dir ein. Wagen vor dir ein paar Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Weiter so. Weiter so. Weiter so. Weiter so. Okay, du bist deinem Vordermann um weniger als eine Sekunde auf den Fersen. Mach dich bereit, mit der es zu behobeln. Hier eine Info zum Benzinstand. Er ist jetzt bei 10 Kilo. Es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. Das ist jetzt bei den Fersen. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Hier ist ein Update zur Benzillast für dich. Wir sind jetzt bei 10% des Startbenzins. Noch 10% Benzin. Einwohnung zu den Reifen. Sie sind noch in Ordnung, nutzen sich aber allmählich ab. Wenn du es noch nicht bemerkt hast, wirst du es demnächst merken. Sei vorsichtig. Wir haben derzeit Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald auf Mischung 2 runter. Das muss ich ansehen, was ich noch nicht. Ja, danke schön. Danke. Er ist am Kaffee nie Meinst du den Rennsgeräusch oder? Ne, den Motorgeräusch, das ist gut Äh? Ach, sorry Wir müssen auch noch so schnell Obwohl die Effektie da auch wieder Begraden Gibt das gerade auf der Rest noch? Das ist noch kein Rennstück für mich, oder? Ja, ich guck das Mach das mal heiße Okay Ne Ich weiß ja Am Manus ist hier aber auch Da ist schwer weg für das Ich weiß ja Das ist ja auch in den Engbuch Die Zahnräder. Die Zahnräder. Die Zahnräder. Langsam fluchten wir. Um, 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 um. Ja, das ist gut. Gutes Tempo, aber denk dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Auto hinter dir fällt langsam zurück. Es bildet sich langsam eine Lücke. Untertitelung des ZDF, 2020 Grüne Flagge, Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Oh! 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 Ah! Der Tank ist so gut wie leer. Wir haben noch ein oder zwei Kilo übrig, also nur eine Restmenge. Sprit alle! Was? Sprit alle! Scheiße! Nein, oder? Ah! Ah! Oh Mann! Oh Mann! Oh, 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 oh! Oh! Ich hab dich noch fast gar nicht! Mann! Na gut, war ein schöner Fight! Vielen Dank! Wer hat denn jetzt gewonnen? Ja! Vielen Dank.